So, ein neuer Tag, ein neuer Test. Diesmal seht ihr schon, worum es geht. Es geht wieder um das Key2, wie man hier sehen kann und schwer erkennen kann. Key2, und zwar diesmal soll es um das Headset gehen. Das hat mich so sehr begeistert, dass ich gesagt habe, da muss ich ein Video drüber machen. Und ich habe hier schon andere Headset auch noch aufgebaut, die ich so habe. Das hier ist das gute Stück. Das sind die WH-70 Kopfhörer, oder das Headset, das ausgeliefert wird beim Key2. Und wenn wir es mal direkt vergleichen mit dem Vorgänger, dem WH-60, das unter anderem beim Key1 ausgeliefert worden ist, ich glaube auch beim DTEC-50 und DTEC-60, werden wir sehen, okay, wir haben hier auch das Blackberry-Logo hinten dran, aber wir sehen, das hier ist glänzend und hat eine glatte Oberfläche. Allerdings hier zur Seite hin so einen Rand, wo sich dann auch Staub und Dreck ansammeln kann. Das gibt es hier nicht. Hier haben wir eine runde, planare Geschichte, wie man es hier sehen kann. Also hier tatsächlich das Ganze rund gehalten und da kann sich kein Dreck oder Staub dran halten. Außerdem gibt es einen silbernen Ring, der drum ist. Das ist kein Aluminium oder sowas, sondern das ist alles Plastik, was sich hier drum befindet. Das ist natürlich auch ziemlich leicht. Wir sehen hier von der Seite auch, die sind dann doch relativ auch breit hier an der Seite. Das haben wir bei denen hier nicht so sehr, sondern hier haben wir ein gummiartiges Material und sehr dünn ist das vor allen Dingen auch. Das heißt, hier ist so der erste Schwachpunkt, wo was kaputt gehen kann bei den alten WH-60. Und bei den 70ern haben wir tatsächlich ein Plastik hier. Also das ist wirklich fest und massiv. Das ist eine schöne Geschichte, weil das ermöglicht einem, dass man nicht so schnell die Kopfhörer kaputt macht. Ja, ein weiterer Unterschied, den wir hier sofort sehen, wenn wir die nebeneinander halten, neben der Ohrmuschel, die eine andere ist, oder dieses Material, was hier ist. Das hier ist so ein bisschen durchsichtig und das hier ist so ganz schwarz, ist natürlich der Neigungswinkel. Das sehen wir hier ganz deutlich. Der ist ein komplett anderer. Hier ist es quasi geradeaus. Das kann ich links und rechts ins Ohr rein stöpseln und hier kann ich es nur ins linke Ohr rein stöpseln. Und ich sage euch was, das passt wunderbar und dieses Gummi hier hat das richtige Material und die richtige Größe, um mein Ohr quasi komplett zu verschließen. So, dass ich im Grunde genommen fast nichts höre, wenn ich hier reingestopft habe. Was Vorteil ist, wenn man Musik hören möchte. Nachteil ist, wenn man damit durch die Straße laufen möchte. Weil dann hat man das große Problem, dass man natürlich dann nicht mehr hört von der Umwelt und das ist vielleicht nicht so der Oberbringer. Die Kopfhörer haben mich richtig begeistert, weil die richtig guten Sound liefern. Auch im Vergleich zu den schon recht guten WH60ern, vielleicht noch ein paar Sachen, die ich noch zeigen kann. Unterschiede, hier haben wir, das sieht goldfarbig aus, dieser Klinkenstecker, das ist WH60 und WH70 hat einen silberfarbenen Stecker, wie wir hier sehen können. Und ja, das ist im Grunde genommen der Unterschied. Ansonsten sehen die Stecker komplett gleich aus, wie man hier sicherlich auch erkennen kann. Kann ja was näher rangehen. So, hoffentlich stellt es auch scharf, schön. Meine Hand vielleicht davor halten. Dann sieht man es. So, also, das, was ich noch zeigen kann, ist der Schalter hier beim WH60. Da sehen wir, der hat einen Knopf. Kann man drücken für Gespräch annehmen und das war es auch schon. Ansonsten gibt es hier nur noch ein Loch fürs Mikrofon irgendwo. Ich finde es nicht, ich sehe es nicht, egal. Das war es dann auch schon. Man kann die Lautstärke nicht mit einstellen. Hier ist es ein bisschen was besser gelöst. Also hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, ihr hört es auch klicken, die Lautstärke hoch drunter zu machen oder sogar zum nächsten Song zu springen, wenn man länger gedrückt hält, wie man das von Blackberry gewohnt ist. Und man hat eine mittlere Taste zum Annehmen von Gesprächen oder eben Play, Pause. Das funktioniert wunderbar. Mikrofon sehe ich hier auch nicht. Es gibt einen netten Blackberry-Schriftsuch. Ich hoffe, man kann den sehen. Ich halte es mal so ein bisschen und versuche es ins Licht zu halten. Also Blackberry-Schriftsuch. Und es ist ein bisschen was fummeliger mit dieser Wippe, weil das ja tatsächlich eine Wippe ist, wie man hier sehen kann. Also eine große lange Wippe mit links und rechts und die sind auch ziemlich, also die knacken, richtig. Es wirkt ein bisschen mehr plastikmäßig als hier. Also hier wirkt es mehr solide und es hat halt eben nur diesen einen Knopf beim WA60. Deshalb ist das wenig plastikmäßig. Und hier ist es tatsächlich, wenn man mal aus Versehen drankommt, ich weiß nicht, ob man es hören kann, gerade auf dem Mikrofon wird man das hören, das Klappern der Wippe. Also das ist so ein bisschen ein kleiner Nachteil, wenn man Ton aufzeichnen möchte. Aber weshalb ich die jetzt hier wirklich so anteese, diese Headsets, das sind wirklich die besten Headsets, die ich jemals bei einem Smartphone ausgeliefert direkt mitbekommen habe. Bisher waren das tatsächlich die WA60er, die schon ziemlich gut sind für Kopfhörer, die mit dem Smartphone mitbeliefert werden. Die haben also wirklich guten Bass, aber hier das Teil, das wirft fast alles weg in Sachen Bass. Und der Grund, weshalb das so ist, das kann ich euch mal zeigen. Ich gehe mal näher dran, das sind die WA60er und das sind die WA70er. Ihr werdet hier keine Öffnung finden an den WA60ern. Und wenn ich mal hier, das Ganze, wo ist die Öffnung? Da oben, werdet ihr sehen, ist eine Öffnung, da wo mein Fingernagel ist. Ich weiß nicht, ob man das so vielleicht besser sehen kann, ins Licht reingedreht. Da ist eine Öffnung für Bass. Und diesen Bass, diesen extra Bass, den hört man auch tatsächlich. Die sind sehr, sehr basslastig, diese Kopfhörer. Aber bieten dafür einen ziemlich guten Sound, das muss man ganz ehrlich zugeben. Also die haben wirklich einen ziemlich guten Sound. Natürlich, Höhen sind ein bisschen was im Hintergrund zu finden. Das war bei den WA60ern aber auch schon. Mitten sind in Ordnung und Bass ist wirklich richtig das, eine der Stärken. Also was ihr basslastiges Zeugs hört, das sind wirklich einer der besten Kopfhörer überhaupt dafür. Die liefern ordentlichen Sound. Und ich habe das mal so ein bisschen verglichen mit anderen Kopfhörern. Ich habe natürlich auch noch richtige On-Ear-Kopfhörer. Und das sind die Sony, hier sieht man es auch, MDR-XB450. Das sind also extra Bass oder extra Bass-Kopfhörer. Das heißt, die produzieren echten, richtigen, tollen Bass und sind natürlich On-Ear. Das heißt, das sind so wahrscheinlich die Kopfhörer, die ich anziehe, wenn ich damit durch die Straße laufe. Auch wenn es ein bisschen seltsam aussieht. Aber man kann hier damit seine Umwelt noch ein bisschen was wahrnehmen. Und man hat diesen extra Bass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Blackberry-Teile, auch wenn von der Soundstage her, die natürlich durch größere Treiber hier drin viel besseren Sound, eine bessere Soundstage produzieren. Vom Bass her kommen die Blackberry-Teile da, also das VR-70 dran. Und das hat mich doch ziemlich stark erstaunt. Also man könnte fast, wenn man das jetzt im Blind-Test hören würde, also einfach mal Kopfhörer testen würde und miteinander vergleichen würde, könnte man sagen, okay, das hört sich an wie Sony-Extrabass-Kopfhörer. So gut sind die. Und dafür, dass die mitgeliefert sind, kann ich wirklich sagen, ja, falls ihr mehr davon habt, dann verkauft die, weil sie sind wirklich gut. Also falls ihr noch eingepackter habt, natürlich wollen die Leute natürlich nicht schon benutzt. Obwohl, meine sind auch benutzt, sieht man aber kaum. So, das dazu. Ansonsten gibt es natürlich noch meine Lieblings-Kopfhörer für ausgewogenen Klang, weil hier hört sich fast alles gut an mit, sind die Hybrid Pro von Xiaomi. In der allerneuesten Version 4, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett irre. Irgendwo stand das auch, aber ich weiß es gar nicht. Ich stütze, glaube ich, nicht mehr drauf. Auf dem kleinen Zettelchen. Die sind richtig aus, zumindest Aluminium, glaube ich, oder eine Aluminium-Plastik-Legierung gemacht. Also das ist kein Plastik, sondern das ist tatsächlich, also hier diese Bögen sind Plastik, aber der Rest ist hier wirklich Metall. Auch der Stecker hier kein Plastik, sondern das ist wirklich massiv. Ein goldener Stecker, als ob es das was zu sagen hätte. Das hier ist, glaube ich, aus Plastik gemacht. Das ist der, auch Lautstärkewippe und so weiter und so fort. Und hier das Loch fürs Mikrofon. Das sind wirklich gute Kopfhörer. Die liefern nicht so viel Bass, sondern liefern eine sehr weite Soundstage, weil die haben einen Triple-Treiber-Gedöns drin. Das heißt, da gibt es tatsächlich für Mitten, für Höhen und für den Bass extra Treiber, die drin sind. Und das ist richtig gut gemacht. Das muss man ehrlich sagen. Die haben auch hier, an der Seite vielleicht etwas Prominente angebracht, die Löcher fürs Bass, für den Bass. Also das sind die für den ausgewogenen Klang. Wenn ihr ein Geigenkonzert, ein Klavierkonzert oder sowas hören möchtet, nicht so viel Bass braucht, dann sind das die besten. Dafür natürlich auch Podcasting und sowas, weil die Höhen, die Mitten und der Bass ziemlich gleich betont werden. Das ist also ein sehr ausgewogener Klang, der mit diesen Kopfhörern erreicht wird. Im Gegensatz eben zu den BlackBerry BR-70, die dann doch sehr stark auf Bass getrimmt sind und sehr, sehr starken Bass dann liefern, anstatt halt eben gute Höhen und Mitten. Wobei, das heißt gut, es ist halt eher, es ist unterschiedlicher Kopfhörer für unterschiedliche Sachen. Das ist hier so mehr Pop, Rock, also basslastige Musik und das ist hier eher so Allrounder für Podcasts vielleicht, also eher Sprache, klassische Musik. Aber man kann natürlich auch den Rest auch wunderbar damit hören. Ist halt nicht so basslastig, man geht vielleicht nicht so stark ab wie bei denen, wenn man sich halt richtige, schöne Musik anhört, basslastige Musik anhört. So, genug gequatscht, genug gesagt dazu. Das sind die Kopfhörer. Das ist mein Fazit, mein Review quasi. Das sind wirklich einer der besten BlackBerry Kopfhörer, die ich bisher hatte. Die, die im Key2 mitgeliefert werden, die WH-70, falls ihr sie irgendwo findet, kann ich euch empfehlen, die auch zu holen, also falls sie nicht zu teuer sind, weil die tatsächlich ihren Preis wert sind. Ein bisschen plastikmäßig, aber der Sound ist wirklich überzeugend und aus dem Grunde kann ich da nur sagen, Daumen nach oben, das ist wirklich einer der besten Kopfhörer, die ich in einem Smartphone mitgeliefert so bekommen habe bisher und gehört habe. Und ja, wahrscheinlich werden das jetzt meine Kopfhörer sein, die ich so mitnehme. Was ich mitnehme? Na gut, hier habe ich so eine schöne Tasche bei denen. Ich muss mal schauen. Ich habe viele Kopfhörer, wie man sehen kann. Ich muss mich dann noch entscheiden, was ich dann da benutzen werde. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich im Kommentarbereich unten einfach reinposten und Bescheid geben. Ansonsten Daumen nach oben, abonnieren könnt ihr natürlich auch. Und für die Leute, die es interessiert, aufgenommen wurde dieses Video mit eben auch dem, ich hoffe, guten Autofokus des Blackberry Key 2s und dem internen Mikrofon des Blackberry Key 2s, was ich wahrscheinlich, so wie ich das kenne, sehr hoch gedreht habe auf 1500% in der Post-Production, damit ihr auch was hören könnt von meiner Sprache, von meinem Ton hier, weil die ziemlich leise aufnehmen. Aber die Mikrofone sind zwei drin. Eins davon wird schon für die Aufnahme benutzt, hoffe ich. So, das war es jetzt für dieses Review, dieses WH-70 Kopfhörers von Blackberry und bis zum nächsten Mal. Ciao.